Hi Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und ich wollte nur sagen, danke für 10 Abonnenten. Ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet und ich habe mir für das Video gedacht, ich wollte eine Haustour machen, aber mein Haus ist jetzt doch nicht ganz fertig geworden. Und dann habe ich einfach gedacht, ich mache ein Video, wo ich meine Figuren vorstelle und wie sie heißen und dann zeige ich euch noch, wie meine Job würden, wenn sie ein bisschen älter sind, so drei Jahre älter ungefähr. Und dann würde ich sagen, geht es los mit dem Video. Musik 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 Okay, und jetzt zeige ich euch noch, wie meine Kinder aussehen würden, wenn sie älter sind. Und ich hoffe, es gefällt euch. Musik 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 Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich ähm, wollte vielleicht bald ein Q&A machen. Wenn ihr das auch wollt, schreibt ein paar Ideen in die Kommentare und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und meine Videos liken würdet, weil das freut mich einfach immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Musik Musik